Ganz kurz und weit dazu, warum wir jetzt auch hier sind und warum wir uns beteiligen. Der entscheidende Punkt ist, dass dies hier eine antinationale Demonstration ist. Eine Demonstration gegen jeden Nationalismus, gegen jeden Versuch, die aktuelle Situation, sei sie wirtschaftlich oder politisch, dadurch zu lösen, dass man Identitäten über Nationen, Zugehörigkeiten zu sogenannten Völkern oder anderem Scheiß schafft. Am 25. Mai steht zu befürchten, dass auch in westeuropäischen Staaten Rechtspopulisten, die mit dem Begriff der Nation operieren, die Mehrheit erringen. In Frankreich, in Italien ist das möglich, es ist auch in Holland möglich. Wir müssen uns dagegen wehren, so wie es hier auf einem Transparent steht. Wir sind nicht Volk, wir sind Klasse. Die Klassenkonflikte sind das, was uns hier alle beschäftigt und letztlich auch in der Ukraine. Wir dürfen uns hier nicht auseinander dividieren lassen. Wir müssen daran arbeiten, antifaschistischen Selbstschutz zu organisieren und Nationalismus in jeder Form entschieden entgegenzutreten. Dankeschön.